Anthem, das neue Spiel aus dem Hause BioWare. Das Studio, welches für große Titel wie Mass Effect und Dragon Age bekannt ist, bringt kommenden Februar ihr komplett neues Werk raus und dieses unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Spielen, die das Studio bislang rausgebracht hat. Somit stellt sich zu Recht die Frage, was ist Anthem und in welche Richtung will das Spiel gehen. Genre-technisch geht das Spiel in eine sehr ähnliche Richtung wie Destiny oder Warframe. Es ist somit ein Shooter, welcher auf eine Koop-Erfahrung abzielt. Anthem wird dabei aus der Third-Person-Perspektive gespielt und setzt neben den klaren Shooter-Mechaniken auch auf einige Rollenspiel-Mechaniken, wie das Looten und Aufleveln von Ausrüstung. Eine Besonderheit von Anthem ist, dass ihr euch keine feste Rolle oder Klasse aussucht und diese dann nach Beginn des Spiels nicht mehr wechseln könnt, sondern wird eure Klasse durch euren Javelin definiert. Der Javelin ist euer Kampfanzug, den ihr nach eurem Belieben modifizieren könnt. Das geht sowohl optisch als auch leistungstechnisch. Bislang werden vier verschiedene Javelins zur Verfügung stehen. Der erste ist der Ranger. Der Anfänger-Exosuit, welcher einen ausbalancierten Kämpfer widerspiegelt und eine hohe Zielgenauigkeit aufweist. Als zweites haben wir den Koloss. Wie der Name es bereits vermuten lässt, ist dieser Exosuit eher langsam, kann dafür eine Menge einstecken und er dient als Tank in eurer Gruppe. Als drittes der Interceptor. Hoher Schaden, super wendig, aber leider nicht wirklich viel Leben. Das ist der Interceptor, welcher schnell angreift, um sich genauso schnell wieder in Sicherheit zu bringen. Viertens Storm. Was der Magier in WoW ist, ist der Storm in Anthem. Dieser Javelin benutzt neben Gewehren Elementarangriffe, um seine Gegner zu erledigen. Habt ihr euch euren Javelin ausgesucht, so entlässt euch Anthem alleine oder mit bis zu drei weiteren Personen in eine komplett offene Spielwelt, welche ihr danach belieben erkunden könnt. Seid ihr in der offenen Welt unterwegs, so könnt ihr verschiedene Missionen oder Events finden, welche zufällig generiert werden. Dabei kann es auch mal passieren, dass ihr ein Welt-Event startet und ihr dann Gegner vor euch findet, die deutlich größer sind und auf den Namen Titan hören. Solltet ihr genug von der offenen Welt gesehen haben, so geht es darum, die Story in Anthem voranzubringen. Denn obwohl es ein Koop-Shooter ist, wird nicht auf eine Story verzichtet, welche ihr sogar im Singleplayer-Modus absolvieren könnt. Als Basis für eure Singleplayer-Missionen dient euch 4 Tarsis. Das von der Menschheit bevölkerte 4 ist euer Spieler-Hub, in dem ihr eure Javelins aufrüsten könnt oder neue Missionen und Aufträge annehmen könnt. Das 4 wird nur für euch zugänglich sein und es wird nicht möglich sein, sich dort mit anderen Spielern zu treffen. Denn das ist nur in Missionen oder in der offenen Spielwelt möglich. Das Besondere an dem Vor ist aber, dass es nicht für jeden Spieler gleich aussehen wird, da sich das Vor darin verändert, welche Entscheidungen ihr im Laufe der Story treffen solltet. Solltet ihr im Vor eine Mission ausgewählt haben, so könnt ihr diese entweder alleine bestreiten oder ihr versucht es in einer Gruppe von bis zu 4 Personen. Jede Person in eurer Gruppe hat dann logischerweise genau dieselbe Mission und wird dementsprechend auch alle NPCs und Dialoge sehen und hören können. Solltet ihr am Ende die Story in Anthem durchgespielt haben, beginnt ab diesem Moment das Endgame des Spiels. Das besteht darin, dass ihr sogenannte Strongholds versucht zu erledigen. Strongholds sind Raidartige Instanzen, welche ca. 40 bis 60 Minuten dauern und durch die ihr dann das beste Loot bekommen könnt. Erwähnenswert ist, dass die Strongholds in verschiedenen Schwierigkeitsstufen absolviert werden können und dass ihr je nachdem wie schwer es war, auch dann einen besseren Loot erhaltet. Um ein Stronghold aber zu beginnen, braucht ihr mindestens eine Gruppe von 4 Personen. Alleine wird es wohl nicht möglich sein. Jeder, der jetzt neben dem Co-op-Modus auf einen PvP-Modus gehofft hat, den muss man leider erstmal enttäuschen. Denn zu Beginn wird Anthem erstmal komplett ohne PvP auskommen, aber das kann sich in der Zeit noch ändern. Und auch kostenpflichtige DLCs wurden bislang erstmal verneint. Lediglich kosmetische Items wird es zu kaufen geben. Ob es aber am Ende wirklich so bleiben wird, ist natürlich mal abzuwarten. Es handelt sich schließlich hierbei um einen Titel von EA. Und zum Schluss noch eine super wichtige Information. Für das Spielen ist eine bestehende Internetverbindung Pflicht. Auch wenn man die Story im Singleplayer alleine spielen kann, bedarf es dann trotzdem eine Internetverbindung. Release des Spiels soll am 22.02.2019 sein und es wird für die Xbox, Playstation 4 und PC erscheinen. Das war jetzt soweit erstmal ein grober Überblick über das kommende Spiel Anthem. In den folgenden Tagen werden weitere Videos darüber erscheinen, wo man dann genauer auf die Details eingehen wird. Das war es jetzt soweit erstmal von meiner Seite. Ich bedanke mich rechtzeitig fürs Zuschauen und dann sehe ich euch auf dem Schlachtfeld. Euer Chef. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017